Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Das wird die abschließende Folge. Die wird nicht ganz 15 Minuten dauern, denke ich mal. Äh, schlafen, ja. Die wird nicht ganz so lange gehen. Abschließende Folge, was meint er damit? Ich werde... Ah gut, ist sie noch da. Ich werde jetzt noch eine Kleinigkeit bauen. Und dann wird Let's Play Minecraft erstmal beendet. Ja, ich werde es beenden. Ich habe momentan wirklich mehr Lust auf irgendwelche anderen Spiele. Nur nicht Minecraft. Ah, verbauen wir noch etwas. Ja, gut. Und, ja. Minecraft wird aber nicht ganz abgesetzt werden. Ich werde nämlich... Manchmal... Äh, was... Moment, ich... Denken und Reden klappt nicht so gut. So. Äh, ich werde nämlich gelegentlich... Und falls ich hier überhaupt was baue... Ähm... Ein... Let's Show machen von Minecraft. Damit ihr seht... Ja. Damit ihr wenigstens ab und zu noch was von Minecraft bei mir zu sehen habt. Ähm... Ja. Ja. Das war's eigentlich schon, was ich sagen wollte. Ich rede da jetzt gar nicht lang rum. Gibt's ja auch nicht viel zu erklären. Plopp, 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 plopp. So, bin ich mal gespannt, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Boah, äh, du nicht da hin. Bopp. Oh, der sich da auf den Boden rumdreht. Dreh dich nochmal. Dreh dich nochmal. Boah, daneben nicht. Gut, jetzt hier noch zu. Plopp, 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 plopp. Und. Yay. Du sitzt schon genau richtig. Ja, mein Freund. Gut, du und? Alles mit. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Ja, komm mal her. Komm her. Komm her. Bin ich irgendwie so... Ah, ah, ah. Ah, nein. Viertel zu... Komm. Ja. Ja. Oh mein Gott. Ah, Moment. Kann ich die da reinschieben? Haha, okay, cool. Ich kann sie reinschieben. Plopp. Komm her. Komm, du darfst sie auch noch rein. Plopp. Und. Ah. Schieben. 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 So. Wunderbar. Gut, Leute. Plopp, plopp. Lasst jetzt unsere kleine Hundehütte hier. Wunderschön. Und, yay. Jetzt bauen wir schnell zwei Türen. Damit die hier nicht davonlaufen können. Ich hoffe, das funktioniert auch. Ich hoffe, die bleiben. Ich hab nämlich keine Ahnung. Ach ja, was ich auf der Suche nach den Wölfen noch gedacht habe, ist, dass vielleicht seit dem neuesten Patch die Wölfe wieder herausgenommen sind. Aber das war zum Glück nicht der Fall. Und dadurch konnte ich hier schön weitermachen. Gut. Machen wir weiter. Tür hin. Ja. Gut. Das war jetzt eine kurze Unterbrechung. Wir suchen uns jetzt erstmal Glas. Äh, Glas. Plopp. Damit die auch hier einen kleinen Ausblick auf die Welt haben. Äh, machen wir... Sagen wir mal hier. Na. Oh. Verdammt. Yay. Da guckt ihr was. Da sitzt ihr. Hm. So. Äh, wo habe ich denn das Glas? Da. Plopp, plopp. So. Jetzt setzen wir hier noch ein kleines Schild hin. Falls wir noch eins haben. Na gut, was heißt noch eins haben? Wir hatten, glaube ich, nie eins. Machen wir schnell. Tuck, 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 tuck. Schild. Das werden wir jetzt gleich benutzen. Und zwar stellen wir das gleich hier hin. Und schreiben einmal darauf. Ja. Ja. Die Hundehütte. Hundehütte. Yeah. Wunderbar. Done. Hundehütte. Hooray. Oh, und die schöne Musik. Hier zum Abschluss. Plopp, plopp, plopp. Drin kann nichts spawnen. Da ist alles sicher. Oben drauf. Ja. Oben drauf wird auch nichts spawnen. Okay. Gut, Leute. Ähm. Ja. Ich würde sagen. Das war es jetzt von Let's Play Minecraft. Hiermit beende ich das Projekt offiziell. Bam. Beendet. Ähm. Ja. Let's Shows werden folgen. Ich weiß noch nicht wann. Kommt darauf an, weil ich wann ich Minecraft mal wieder spiele. Im Moment spiele ich einige andere Sachen. Ähm. Ja. Was gibt's noch? Im Moment spiele ich noch Silent Hill als Let's Play. Wenn ich damit fertig bin, wird was Neues kommen. Also freut euch darauf. Äh. Ja. Gut. Und die Minecraft... Ach, guck mal. Da ist ein Wolf direkt hinter uns am Haar. Oh mein Gott. Das darf ich gar nicht sehen. Sonst renke ich mich nur wieder auf. Oah. Gut, Leute. Ähm. Ja. Das war's. Wir sehen uns bei einem anderen Let's Play. Oder für die Minecraft-Fans unter euch. Bei einem Let's Show, das kommen wird. Ich beende mich hier... Äh. Ich beende mich hiermit. Ich verabschiede mich hiermit. Ich bin Lighting SP. Schaut euch auch mal meine anderen Videos an. Und wir sehen uns. Beziehungsweise hören uns. Bis dahin. Bye. Ciao.